Drei Kerzen brennen schon am dritten Advent auf der Anzeigentafel, aber leider für die Gäste aus Augsburg. 0 zu 3 steht's nach 40 Minuten für die Pinguine. Wir hoffen natürlich noch drauf, dass sich das noch einen Ticken ändert am dritten Advent. Wir hoffen auf jeden Fall drauf. Ansonsten gilt es natürlich schon mal so ein bisschen die Konzentration in Richtung Weihnachten zu legen. Und natürlich auch, was schenke ich denn meinen Lieben eigentlich? Außer vielleicht ein Heiratsantrag, so wie vorhin vor dem Spiel. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Adriana aus dem Fanshop, der Pinguin ist bei uns und hat uns hier wieder eine fröhliche Auswahl mitgebracht. Besonders pfiffig finde ich ja den kleinen Mann hier, den Pinguin mit den Ohrschützern. Das ist nicht nur ein lustiges Maskottchen. Nein, ganz genau. Das ist ein Lautsprecher, den kann man anschließen, also über das iPhone zum Beispiel, an den Fernseher, an den PC. Und der wippt dann wunderbar zur Musik mit, die dann läuft. Das ist pfiffig. Und was kostet das ganze Ding? 49. Und den gibt es bei dir oben im Fanshop direkt hier im Umlauf über dem Haupteingang oder natürlich zu den normalen Geschäftszeiten an der Geschäftsstelle. Dann gibt es vorne hier noch das ganz kleine zärtliche Dingelein mit einem Pinguine-Logo. Das sieht so ein bisschen nach Labello aus. Ist es. Es ist ein Lippenpflegeschrift. Und was denn? 2,50. Für 2,50 Euro. So, und was gibt es natürlich noch zu Weihnachten? Wir haben natürlich eine große Auswahl im Fanshop über Trikots, Pinguine, Pullover, Schals, alles mit dabei. Und zwei Schals sehen wir hier auch. Was hast du uns da mitgebracht, Adriana? Das sind zwei neue Schals, die wir jetzt in der Kollektion haben. Einmal, ich zeig das mal eben. Da steht Nordtribüne drauf. Der ist jetzt ganz neu. Kostet auch 15. Jetzt reißen wir hier alles auseinander. Wunderbar. Der mit der Skyline, der kostet? Auch 15. 15 Euro. So, last not least, bevor wir dann natürlich auch die Adriana noch mitverkaufen möchten, zum Heulen bringen. Ach, guck mal, so schlimm ist doch gar nicht. Haben wir aber hier noch ein kleines Kissen und das kostet wie viel? 15. Auch 15. Auch 15 Euro. Also, es gibt auf jeden Fall ein bisschen was zu Weihnachten. Nicht nur den Lippenstift, sondern auch den Soundpinguine. Zwei Schals mit Skyline und Nordtribüne und auch dieses Kissen. Und wir haben eine Frau glücklich gemacht und zu Tränen gerührt. Das macht das helle Licht hier. Das ist alles. Also, gleich geht's weiter mit Drittel Nummer 3. Ist noch kein Grund zu weinen. 0-3 steht's, aber da geht noch was. Bis gleich. Das ist alles. Bis zum nächsten Mal.